So ist der Start, der Juga, Vollkunststoffmodell, 2,86 Meter ist die Flügelspannweite, 2,99 Meter Länge, Abfluggewicht 19 Kilo. Das ist ein neues Modell bei ZN Line, was wir jetzt hier am Himmel sehen. Angebot wird dieser Bausatz für ca. 2800 Euro. Das ist ein neues Modell. So, now on the preparation is Mark Sanchez with Rebel Pro aircraft and he's flying for Chetmont turbines. So, the turbine we are now seeing in this aircraft is a Merlin 200 XBL. With a weight of 1500 grams, it's delivering about 20 kilograms of thrust, so it's 200 Newton. And the upper range is between 30.000 and 150.000. And it's available from 2.500 Euro and it includes the Kero Start and all the accessories needed to run the engine, including of course the battery. Ja, Josef, jetzt am Start. Das Modell hatten wir ja schon. Das ist eine Rebel Pro und angetrieben wird die diesmal von einer interessanten Turbine, die ein relativ gutes Schub-Gewicht-Verhältnis aufweist. Ja, die Firma Jetmont Turbinen bestellt hier die Merlin 200 XBL vor. Ein Antrieb mit einem Gewicht von 1,550 Gramm. Eine Schubkraft von 200 Newton, da geht schon richtig was ab. 115.000 Umdrehungen, höchste Drehzahl.